Okay, und da sind wir wieder zu Dark Souls 3 mit Undine aus Undertale. Wir sind beim letzten Mal auf ein großes Hindernis gestoßen und ich habe jetzt über eine Woche überlegt, wie wir das lösen. Ich meine, der Boss ist optional, aber ich will unbedingt diesen Speer haben. Der passt eigentlich perfekt zu dem, was ich machen will. Deswegen, ich habe ein bisschen gelevel grindet. Wir sind jetzt auf Level 120, wir haben 40 Decks. Und ansonsten noch generell ein bisschen mehr an Stats, vor allem Ausdauer und so. Also mehr Damage sollte auf jeden Fall schon mal drin sein, aber ansonsten müssen wir auch ein bisschen optimieren. Wir schicken mal gerade Grey Red weiter. Ja, ich weiß, du wirst sowieso sterben. Geh. So. Dann. Wir müssen gleich noch einen Ring holen. Der ist aber auch in der Gegend. Ja, hier. Das ist mein Farm-Setup. Ich habe extra noch den Stab hier geholt, weil ich wusste es vorher tatsächlich noch nicht. Aber man kann in Artstrike und Peak ja diese nachspawnenden Gegner abfarmen. Die geben tatsächlich ganz gut Seelen. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Und zwar, wir haben ja einmal den Speer. Wir haben unseren gewöhnlichen Speer irgendwo. Hier, der ist gerade auf Plus 6. Ich habe extra Crafting-Material gefunden, dass wir den auf Plus 9 bringen können. Und wir haben den Drachentöter-Sperer. Der ist interessant, weil er Lightning-Damage hat. Das heißt, für die erste Phase ist der schon mal geil. Der normale Speer hätte aber den Vorteil, dass wir hier, dass wir den buffen können. Mit entweder mit Feuerschaden oder mit Lighten. Why Lighten? Ja, aber genau. Feuerschaden war gegen, äh... Also Lightning-Damage war gegen den Drachen und dann Feuerschaden gegen den namenlosen König selber. Das können wir halt nur mit dem normalen Speer machen. Das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, was sich da, was da für Zahlen bei rumkommen jetzt mit 40 Decks. Und was wir uns auch überlegen können, ist mit dem Schild hier, wenn wir den auf Lightning packen, dann hat der 97% Lightning-Resist. Der hat jetzt schon 87. Der... Das ist eigentlich auch mit der Schild... Wenn wir uns... Wenn wir darauf zurückfallen wollen, müssen wir eigentlich den nehmen. So, wo ist... Der Speer? Der normale? Hier. Bring mal nur auf Plus 9. Dann, äh... Natürlich dann... Ich meine, wir kriegen danach nochmal so ein Ding. Wir kriegen danach nochmal so ein Ding. Ja, komm, scheiß drauf. So. Das heißt, wir haben den. Wir haben immer noch 33.000 Seelen. Und... Der... Der hier war mit... Wenkel funkelndes Titanil? Ich glaube, der wäre aber auch eine Slap haben. Was anderes... Ein funkelndes Titanil brauchen wir natürlich noch. Aber wir können sie jetzt nur jetzt nachkaufen. Ähm, Material hier. Boom. Ist zwar teuer, aber... Scheiß drauf. Ganz ehrlich, an diesem Punkt kostet es 90.000 Seelen, ein Level abzumachen. So. Dann haben wir den schon mal auf Plus... Hier. Und danach bräuchten wir wieder eine Slap. Der Buff... Von dem hier ist, glaube ich, 130 Damage. On top. Von dem, was da ist. Also wir haben einmal den Speer. Der bringt uns auf... Lass mich jetzt nicht lügen. 375 Damage. Moment, ich muss mir das mal ganz kurz notieren. Also wir haben einmal... Das ist vielleicht nicht auf dem Blatt notieren, wo ich auch meine YouTube Sachen drauf notiere. Habe ich irgendwo noch... So, wir haben dann einmal den Drachentöter Speer. Der hat... 270, 278... Plus... Die 118 Lightning, wo wir nochmal einen Bonus kriegen in der ersten Phase. Also in der ersten Phase ist der auf jeden Fall schon mal besser. Was sagt der normale? 367. Aber der kann noch gebufft werden. Also ist das eigentlich die beste Option. Na gut, der Drachentöter Speer sitzt jetzt nur auf plus 4. Das müssen wir bedenken. Aber da nochmal 130 drauf. Da sind wir bei 500 Damage. Pro Angriff. Was wir nutzen können, um den Kampf halt möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Was aber glaube ich nicht geht. Wir können nicht buffen und mit Great Magic werfen meine ich. Das dürfte nicht gehen. Komm, wir gucken mal kurz. Können wir das... Hier einsehen, wenn wir das jetzt machen. 473, 93. Wer wird sagen, hier das... Ja, aber das ist jetzt der Effekt weg. Ne. Stacked nicht, wollte ich schon sagen. Das heißt, das ist unsere beste Chance. Wenn wir nicht noch auf ein Schild zurückgreifen wollen. Ähm, wo ist das Buffzeug? Hier können wir das hier noch. Slow's Equipment Degradation ist kacke. Shield Ring. Ja gut, wir wollen ja möglichst viel Tops-Off sein, aber... Das hilft uns auch nur bedingt. Da haben wir bessere Alternativen, glaube ich. Oder was macht Lloyd's Shield Ring? Wie viel gibt der? Wahrscheinlich nichts. Okay, 20% beim ersten Treffer. Die anderen Regeln geben uns 10% zu jeder Zeit. So, du hast... Moment, hier Material. So, wir müssen... Wir dürfen die hier nicht verwechseln. Wir brauchen die Bundles. Wollen wir mal hier von 20%. Den Rest investieren wir hier rein. Weil die hier sind wertlos. Die sind zwar ein bisschen stärker, aber die halten nur 10 Sekunden. Das bringt uns nichts. Dann holen wir uns auch den einen Ring. Den einen Ring, um den namenlosen König zu knechten, wie ich hoffe. Und dann ist Showtime. Dann müssen wir da irgendwie durchkommen. Ich denke mal, wenn ich... Wenn ich das so mache, dann werde ich auch mit... Jetzt bei dem Speer hier bleiben. Weil ich den wenigstens buffen kann. Weil A-Store Speer bringt jetzt halt... Nicht mehr wirklich viel. Dann sind wir der der oder Nameless Kingspear. Hier sind noch die ganzen Statuen vom namenlosen König. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So, hier hatte ich nämlich vergessen, dass man hier noch langen konnte. Leider kommen wir nicht an die Plus-3-Version dieses Ringes dran. Weil dazu müssten wir ins Ring-City-DLC. Und dann wären wir eigentlich auch schon praktisch am Ende. Dann bringt uns auch der neue Speer nicht. Also. Den Estus-Ring. Tauschen wir hier durch aus. Dann haben wir einmal den... Dass wir weniger physischen Schaden nehmen. Dass wir weniger Blitzschaden nehmen. Höhere Ausdaueregeneration. Und mehr Angriff. Wenn unsere Gesundheit voll ist. Das wollen wir sowieso eigentlich immer. Weil sonst sind wir tot. Was wir noch tun können, fällt mir ein. Wir können noch ein bisschen mehr Damage vielleicht rausschlagen. Aus unserem normalen Speer, wenn wir den schon verwenden. Ich weiß ja nur nicht, ob entweder mit Scharf oder mit Refined. Aber wir können es... Warum stehst du den direkt wieder auf? Meine Fresse. Nur weil da ein Gegner kommt. Der ist sowieso wieder verschwindet. Aber wir brauchen dafür Seelen. Moment. Ich demonstriere mal kurz die Farbenmethode. Also damit ist ja auch die Farbenmethode. Wir brauchen die Farbenmethode. Jetzt nicht... Ja. Das ist nicht die Farmmethode. Aber das Ding ist, wenn die einmal in so einer Combo haben, ist es schwer. Man hat eigentlich nur eine Chance, da auszuweichen nach dem zweiten Treffer. Ansonsten ist man erledigt. Aber mit dem Setup geben die eigentlich... Was ich hatte, gaben die einfach 6000 Seelen pro Kill. Und mehr brauchen wir jetzt auch nicht. Na gut, wir haben jetzt den Schlangenring nicht an, aber wir haben immer noch den Schild und den Stab. So. Einmal den Stab kurz ausrüsten. Mache ich auch hoffentlich gleich, wenn wir es schaffen, den Nameless King zu legen. Ja, sind nur 600 Seelen weniger. Und dann schauen wir mal, ob scharf oder refined besser ist. Ich weiß nicht, ob mit 20 Stärke ob es sich dann refined schon lohnt. Ist ja eigentlich, wenn man beides hochlevelt. So. Wir geben einmal kurz die ganzen Kohlen. Oh, mein. Use a fight. Now I'll praise the God. He he he. Mwah, I don't... I said... Mwah, it seems like ages. But my thanks. I'll be it's... But us... He he. Now holds. Well, this is much too dark. Yet a smithard, but forget not. Your fight is for the accursed fate. So. Infuse weapon. Schwer ist... Kacke. Das war abzusehen. Scharf. Scharf wäre gut. Da kämen wir... auf jeden Fall auf ein Plus. So. Wir verlieren 16 Schaden. Aber kriegen... 55... 58 dazu. Also das lohnt sich. Refined. Wir haben gar keinen Refined Jam. Das nimmt sich erstaunlich wenig an diesem Punkt. Also wenn wir später noch Stärke hochleveln. Ich meine, wir haben jetzt sowieso keinen Refined Jam. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, worauf ich die Schneiderne herkriege. Aber wenn wir später einen finden und noch auf Stärke hochleveln... dann können wir das immer noch ändern. Dann können wir das immer noch ändern. Was machen die anderen? Na gut, das ist Kacke an unserem Punkt. Crystal... Ich weiß gar nicht, was Crystal überhaupt macht. Oh, das zeigt mir gar nichts. Magic. Was war denn hier der Unterschied? Ich weiß, das ist Simple. Da hat man noch die Punkte regeneriert. Aber was war denn bei Crystal der Unterschied? Feuer bringt uns jetzt auch nicht so viel. Gut, dann machen wir hier einmal Sharp. Hi Creative Element, willkommen zum Stream. Du hast jetzt gerade die Vorbereitung verworst. Aber ich hoffe, dass das jetzt genügt. So, was wir uns merken müssen, wir können jederzeit die Pad nach unten gedrückt halten. Dann kommt man auf den ersten Slot. Das ist ja immer Estus oder normalerweise ist es Estus, wenn man es nicht ändert. 500 Damage, ist das ein scheiß Ernst? Keine Idee, willkommen zum Stream. Okay, 400. Alles klar, ich habe nur an der falschen Stelle getroffen. Okay. Dieser Ring kommt gerade in Klatsch. Aber jetzt ist auch vorbei mit dem Buff. Und ich traue mich nicht, während des Kampfes neu zu buffen. Okay, dein Ring kommt gerade vor, ich bin hier. Uh, jetzt geht's los. Kein Estus mehr in Teil 2. Ja, das könnte passieren. Hat's funktioniert? Boah, wieso hat dieser Speer so wenig Reichweite? Aber ich hab das Gefühl, der Ring bringt was. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Ich hab wenigstens das Gefühl, eine Chance zu haben. Das ist schon, dass es verdammt schwierig ist, eine KI zu entwickeln. Ey, ich hab jetzt die Tage immerhin echt überlegt, ob ich eine KI mit meiner Stimme trainieren soll. Damit ich nicht 45 Minuten Voice-Over einsprechen muss. Moment, wo ist jetzt der? Ich wollte schon sagen. Da ist der Blutfleck. Aber das ging gar nicht mal so schlecht jetzt. Also Phase 1 muss ich jetzt nur noch ein bisschen optimieren. Da hab ich nämlich mehr Estus halb. Aber ich sterb auf jeden Fall gefühlt. Also ich hab das Gefühl, die beiden Ringe bringen weit mehr als... Ach, scheiße auf die 4000 Seelen. ...als ich dachte. Ich hab letztens einen Schock bekommen, als mir auffällte, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir Siegler 5 bekommen werden, als dass ich es schaffen werde, eine Zeitreise zu machen. Kommt drauf an, wie du Siegler 5 definierst. So, komm her, du scheiß Huhn. Der Angriff, ne? Der haut aber auch immer rein. Ja, komm. Der haut einfach 600 Damage rein. Ja. Also, der Poise Damage ist ja eigentlich, meine ich, von Waffentyp abhängig. Aber ich hab das Gefühl, ich stagger ihn auch leichter. Hab ich ihn jetzt? Okay, das hat gereicht. Für Creative Sex KI, was? Was hab ich denn jetzt verpasst? Dieser scheiß Angriff, ne? Aber hey, ich bin doch für fast all meinem Estus reingegangen. Wenn man jetzt nicht das Ausweichen verlernt, ist alles gut. Für Creative Sex KI hat er jetzt wirklich zu viel Ultrakill gespielt. Also, ich weiß jetzt auch, wenn das Einzige, was ich über Ultrakill im Moment weiß, ist dieses eine Video, was Creative mal in Discord geschrieben hat. Ich weiß nicht. ного Sarab 나 wie gut ist. ... Das ist das bitte für eine Hitbox. So, Phase 1 ist mit dem Setup easy. So, nicht greedy werden. Ah, jetzt konnte ich nicht... Jetzt war ich immer noch gestunlocked. Wieso mache ich so wenig Damage gegen ihn? Also auf jeden Fall ist das Nameless King anfällig gegen Feuer und gegen Dark Damage. Aber ich habe das Gefühl, der Chloran Free Ring hilft mir nicht so viel. Sollen wir mal den Shield Ring noch dazunehmen? Ich meine, der hilft nur gegen diesen ersten Angriff, das ist das Problem. Indem ich mache weniger mit meiner Waffe NG+. Ja, ich weiß, ihr seid all diese Pros, die NG plus 7 Runs mit Level 1 machen. Und mit ihren großen Fäusten. Aber wir haben nicht wirklich was, was uns hier... Critical Attacks, dafür müssten wir ihn staggern. Damage... Das Ding ist, wie dieser Blue Tearstone Ring bringt... Nix. Das ist meiner Meinung nach so ein Ring... An dem Punkt, wo er aktiv werden würde, hast du auch schon verloren. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Ausdauer mein Problem ist. Wir kaufen mal gerade den einen Ring. Im Zweifel mache ich den einen Schild fertig. Im Zweifel mache ich den einen Schild fertig. Aber vor allem, wenn man sich die Stats mal anguckt von Nameless King und auch wie wenig er dazu kriegt, zumindest an Gesundheit, wenn er ins NG plus geht, habe ich das Gefühl, dass Nameless King so schon auf NG plus balanciert ist. Das ist toll, dass kein IAM 1 E621-artigen Dataset trainiert würde, ist, dass man noch nicht gut kann, was sich ausspuckt, weil man das Dataset eh... gehen kann. Was willst du denn, was sich ausspuckt? Was willst du denn, was sich ausspuckt? Was willst du denn, was sich ausspuckt? Was willst du denn, was da? Bitte keine Frage, es gibt schon eine KI, die sowas ganz gut hinbekommt. Das ist möglich, ja. Wo bist du? So, und jetzt. Ich hasse diesen Angriff. Dieser Angriff ist die Geißel meiner Existenz. Okay, das war jetzt Glück. Boom. Das ist so befriedigend, wenn dieses Geräusch kommt und du kannst einfach riposten und kriegst einfach ewig viel Free Damage. Bis zum nächsten Mal. Okay, also der Ring haut rein, würde ich sagen. Alter, was hat der für eine Reichweite, bitte. So, jetzt kommt der Angriff. Aber das mit den Buffen kann ich vergessen, also da muss ich was anderes nehmen. Ey, das Buffen hat echt gar nichts gebracht. Oh, jetzt fängt der auch noch mit der Scheiße hier an. Stimmt, der hat ja auch noch eine zweite Phase. Oh, Riposte. Ja, bitte. Jetzt. Oh mein Gott, wir tun es gerade. Boom. So, ich will die Seelen. Gib her. Ja. Du willst also die KI uns so so drehen, dass sie unter Umständen keine Frau generiert. Was? Das ist sehr spezifisch. Oh. Okay, ich dachte, das wird wesentlich schwieriger. Ich hatte echt worst case gedacht. Wir machen hier einen kompletten vier Stunden Stream. Und schaffen diesen Boss trotzdem nicht. Und ich bin total unglücklich am Ende. Aber jetzt auf einmal wirkt er irgendwie gar nicht mehr so krass. Aber gut, ich habe jetzt halt auch, das erwarte ich jetzt auch halt eigentlich, weil ich den Bild so spezialisiert habe. Ich meine, ich habe ja extra jetzt Ringe gehabt, die mir helfen dabei, aber... Also, okay, ich glaube, ich werde nie wieder Lloyds Shield Ring dissen, weil gegen den Boss, wo du eh die ganze Zeit auf Top Damage sein willst, ist der geil. Da stackt er sich schön mit den beiden hier. Also, ich bin happy. Wir erkunden das Gebiet gleich. Ich will den neuen Speer haben. Was ist aus Winis Chat geworden? Das weiß ich sowieso nicht. Ich weiß nicht, was sich für Abgründe in meinem Chat oft tun. Äh, Moment, das ist der falsche Typ. So, ihmchen kommt nicht wieder. Aber ich glaube, wir müssten seine Quests jetzt auf jeden Fall soweit haben. Naja, durch die ganze Sache habe ich jetzt kein Footage davon, wie mir hier Lutlev das Schwert von Anri gibt. Das ist aber... Na gut. Das ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. So, Nameless King. Wo bist du? Nee, hä? Dragons... Doch, Dragonslayer Swordspear. Das ist der, den ich haben wollte. So, der hat jetzt natürlich vergleichsweise... Der hat nur D-Scaling mit Dex. Das ist natürlich kacke. Kannst du mal kurz gucken. Die Weapon Art? Ja. Also, wenn die Weapon Art allein nicht cool ist... Kann das... Bin ich danach noch gebufft? Weil der Speer noch elektrisiert ist? Okay, jetzt aber sind wir wieder über dem Equip... Alter, ja, der ist schwer. Der ist richtig schwer. Oh boy. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen... Doch, wir kommen nicht drum rum erstmal auf... Dann nehmen wir erstmal Harvids Ring. Das müsste helfen. Dann müssen wir erstmal auf Dings skillen. Auf Equip Load. Also, wo ist halt deiner KI... Die Idee umsetzbar, wenn du eine gute Leistung hast? Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch die eine Asche bekommen. Aber ich will... Ich will zu dem Dude hier drauf. Mein Google Assistant hat mich gerade daran erinnert... Dich daran zu erinnern, dass du dir eine Mülltonne bestellen musst. Das ist gerade über 10 Ecken. Gut, ich musste mich aber tatsächlich... Ich habe... Am Montag, beziehungsweise am Sonntag habe ich so geflucht, weil... Meine Kühltasche... Die ist schon ein bisschen... Erstens ist die relativ klein. Und zweitens ist nur noch einer von den Reißverschlüssen. Das ist so ein... Ich glaube, so ein Zweiges Wege-Reißverschlüssen nennt man das. Mit so vier Dingern, wo du dran ziehen kannst. Ich glaube, von denen hat nur noch einer das Ding geöffnet und geschlossen. Und da ist dann irgendwie jetzt noch der Griff abgebrochen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, du musst im Laufe der Woche dir eine neue Kühltasche bestellen. Und dann habe ich das aber die ganze Zeit nicht gemacht. Und dann musste ich den Einkauf für diese Woche auch noch mit dieser alten Kühltasche machen. Absolute Tragik. So, Hevels Ring. Das Ding ist ja leider total in den Grund und Boden genervt. Aber das sollte hoffentlich helfen. Hevels Ring. Da. 69,6 Prozent. Jetzt haben wir wieder eine normale Rolle. Dann. Neues Shield Ring. Ring of State Protection. So, wir wollen den. Und was wollen wir noch? So, jetzt erstmal. Ich meine Chlorin Free Ring ist eigentlich immer gut. So, wie viele Titanitschuppen haben wir? Einen habe ich noch offscreen gefunden. Mehr oder weniger absichtlich. Okay, damit bringen wir den auf plus drei. Danach hat er ja schon mal T-Scaling auf Decks. So, im Vergleich haben wir jetzt den Speer. Also, der Speer ist immer noch überlegen. Aber allerdings haben wir hier auch ein anderes Moveset. Und ich finde, der Angriff ist halt aber maximal cool. Weil der Speer ist auf plus drei. Der kriegt nochmal zwei Upgrades. Dann sollte, dann kann man ihn auch erst wirklich mit einem, mit einem plus zehn Speer vergleichen. Wir machen einmal Vitalität. Habe ich jetzt die? Ja, ich habe es rausgenommen. Sehr gut. So, dann gucken wir mal kurz, was wir hier so finden. Und dann können wir Lothric Castle... Also, ganz ehrlich. Wir haben jetzt Nameless King besiegt, ja? Also, Lothric Castle dürfte ein Witz dagegen sein. Titanit Slap. Das heißt, das plus fünf Upgrade ist auch sicher. Ich finde es tatsächlich ganz gut, dass die Slaps jetzt ein bisschen wertvoller sind. Weil jede Waffe sie für ihr letztes Upgrade braucht. Das ist aber so eine Sache, die mir tatsächlich an From Software Games auch immer auffällt. Also gerade auch in den Dark Souls-Teilen. Wieso muss man Items umbenennen, ohne ihren Zweck zu ändern? Also, dafür Bloodborne macht das ja voll Sinn. Dark Souls 1 zu Dark Souls 2 mit dem Crafting-Materialien ist, finde ich, auch okay, das ein bisschen zu vereinfachen. Weil mit dem ganzen farbigen Titanit, ich finde, das hat dem Spiel nicht wirklich was hinzugefügt. Es hat eigentlich nur eingeschränkt. Aber dann können sie sich nie entscheiden, ob du mit Dämonen-Titanit oder mit Titanit-Schuppen oder, wie hieß es, sozusagen mit dem Drachenknochen, der die Boss-Waffen upgradet ist. Sie können sich nicht entscheiden, ob es Menschlichkeit oder diese Human Effigies oder Embers sind und wie die genau funktionieren. Und ob sie einen bestrafen wollen, wenn man stirbt. Und die Ringe sind zum Teil auch nur im Namen gleich. Als ob ihn... Hier war doch viel mehr Loot. Hier war doch diese riesige Straße voller Loot. Dragon Sla... Ja gut, wenn wir uns die Ornstein anziehen wollen. Aber das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Ich könnte schwören, das war mehr. Okay, also wir brauchen möglichst bald acht Titanit-Schuppen, dass wir auf plus vier kommen. Wo gab es die Titanit-Schuppen? Ich glaube, Lothel Castle hat irgendwie nochmal 13. Zehn hat es. Ja, das reicht für unsere Zwecke. 13 in Grand Archives. Genau, jetzt in den beiden Gebieten werden wir nämlich voll zugebombt. Drei werden von dem Wyvern... Okay, stimmt. Die sollten wir uns vielleicht auch holen. Ich meine, der Sperr müsste ja eigentlich gegen Drachen mega OP sein wegen Lightning-Damage und so. Wenn ich da meine KI habe, werde ich mit einer Zeitreise alles auslöschen. Und so schließt sich dann der Kreis. Ich habe festgestellt oder gelesen, dadurch, dass ich... Okay, das haut aber echt gut rein. Dadurch, dass ich meinen Sperr zweihändig benutze, mache ich mich eigentlich nur selber schwächer, weil es keinen Bonus-Schaden dafür gibt in Dark Souls 3. Es hilft halt wirklich nur, wenn man mit einhängig die Waffen noch nicht führen kann. Und ich kann mir klar, man kann damit blocken und Weapon-Arts, aber die benutzen wir jetzt auch nicht durchgehend. Mich interessiert jetzt halt nur, mache ich echt mehr Damage dadurch? Also wenn der Sperr elektrisiert ist? Ich muss... Wo ist denn Limit-Breaker-Videos, wenn man eins braucht? Er hat doch bestimmt ein Video zu dem Ding gemacht. Au. Der nimmt ja ein Maximal-Videos-Laden. Jetzt einfach das Doppelte von dem Damage genommen, was der andere genommen hat von dem gleichen Angriff. Okay, auf jeden Fall haut der Sperr aber gut in unsere Ausdauer rein. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mehr skillen. Jetzt bin ich über Death Note auf der Seite von Elder Light. Bitte ohne Spoiler antworten, weil ich das gerade mit mir hier gucke. Es gibt hier nur eine korrekte Antwort. Also moralisch korrekte Antwort. Wie weit seid ihr in der Serie? Folge 13 oder so. Ja, dann habt ihr noch einiges vor euch. Seid ihr jetzt gerade mein erstes Drittel. Die Idee ist auf der Seite von Light. Das schockt mich sehr stark. Er ist halt auch ein interessanter Charakter. So ist es nicht. Ich finde, das hätte man halt ein bisschen weniger einseitig mit ihm machen können. Weil eigentlich merkt man halt schon, ich glaube nach Folge 2 ist er eigentlich halt auch schon wirklich bösartig unterwegs. und ich finde, das hätte man vielleicht etwas schrittweiser machen können. Es hat auch die Frage, ist man Team Light, weil man ihn toll findet oder weil man seinen Gegner nicht mag? Wobei L war ja eigentlich, L ist ja super beliebt. L ist übrigens auch ein Grund, wieso ich auf das Thema Autismus aufmerksam wurde. Ich finde Light scheiße. Eigentlich bin ich der Gott, der einer neu. Ja, also Na, man merkt. Es kommt auch ein bisschen auf die Gründe an. Das hat einfach nicht getroffen oder kein Damage gemacht. Ja, natürlich. L ist bester Charakter in dem Anime. Absolut. L ist L ist super. Alles an diesem Charakter ist toll. Ja, der Film, also der 2005er Film war auch gut. Wieso, das sind zwar zwei Filme. In mancher Hinsicht sind sie sogar besser als der Anime. Ich weiß, noch jemanden gibt, der, der noch ganz cool ist, aber das ist ja dann ein Spoiler. Ja, aber wenn du es schon weißt. Also du hast die Serie schon komplett gesehen oder wie? Also ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr beide gerade die Serie zusammen das erste Mal guckt. Ich kenne die schon. Ja, dann ahne ich, wen du meinst. Ich meine, ich muss sagen, ich bin bei Death Note auch nicht mehr so drin wie früher. Ich weiß, dass es inzwischen auch irgendwie so ein TV-Drama gab. Den Netflix-Film, den keiner mochte. Ist Blondie schon aufgetaucht? Also ich sage jetzt mal nicht den Namen, falls es ein Spoiler wäre. Also in der Netflix-Film, es gibt noch eine japanische Live-Action-Version, die war tatsächlich ganz gut. Das waren zwei Filme beziehungsweise es gab noch einen gezielt über L, aber der war ein bisschen weird. Ja, klar. Die ist durch die Wand. Typisch. Ich hasse diese Echsen, ne? Diese... Du machst kein Damage gegen die. Sie rollen. Schlimmer als Tonics the Hedgehog. Und sie hauen dafür, finde ich, oft viel zu sehr rein. Das sind einfach nur Bullet-Sponges hier. Vielleicht wird Blondie mieser weint. Ja, die kamen schon. Okay, gut. Die kann einem halt... Also ich finde, die kann einem leid tun. Ich hoffe, ich habe schon häufig, liebe Ryuk. Ryuk ist ja auch super. Ich habe tatsächlich den Film dann irgendwann auch, äh, tatsächlich mit meinem Vater dann geguckt. Ryuk war der einzige Charakter, den mein Vater interessant fand. Ryuk ist halt auch einfach... Ryuk ist einfach toll. Ram ist aber auch mega. Gut. Das ist natürlich extrem leid. Ja, also... Er nutzt sich halt total aus. Hallo, Kamera. Wie wäre es mit... Darf ich was sehen? Ist das okay? Das hat sie in Fetisch für Don't Kingshame gehabt. Nein! Sorry, die ist einfach... Die seid einfach nur hart am Simpen. Ja, Lunar. Zero. Neben. Ja. Sind das ist eben 2007-200otäkow, genau hier. Okay, er hängt erscheinend so einer Schleife drinnen hier. Aber die Angriffe. Komm, ich mach so wenig Damage, weil ich nur seine Füße treffe. Das ist total uncool. Dafür mach ich halt voll wenig Damage. Ja, der Angriff haut natürlich rein. Okay, mach einfach mal deinen Angriff. Okay, ja, ich mach definitiv mehr Damage nach dem Angriff. Also der Angriff... Die Wappenart ist eine gute Eröffnung, ein guter Ranged Angriff und sie bufft auch noch. Also das ist gar nicht mal so kacke. Man geht doch auf den Kopf. Er hält mir... Er hält den Kopf in die Wand. Aber ich find's trotzdem gerade so wenig Damage. Ich mach, ich mein, ich hab ne Waffe, die speziell dafür gemacht ist, gegen diesen Gegner, gegen solche Gegner hier zu kämpfen. Die Flüge sind hier... Ja, die Hitbox gewisse ich auch manchmal, wenn sie den Speer so nach oben schlägt. Ich glaub, dann treff ich die Flüge. Alles klar, dann treff halt nicht. Der Angriff ist so bad, das ist halt... Das ist auch ein Angriff, der passt irgendwie zu Andeilen. Jetzt nicht verrecken, wenn's geht. Okay, ja, der... Drache weiß gar nicht, was er macht. Okay, ich... Der Geboot, der gibt auch 50.000 Seelen, sechs... Sechs Brocken, drei Twinkling Titanite. Nice. Du musst nur den Gegner auf grün machen, dann kann er sich nicht mehr bewegen oder fliehen. So. Wir beamen zurück, wir beamen zurück. Hallo, ist okay. Du kannst jetzt aufhören zu rollen. Da ist jemand mad, weil er die Rolle als Sonic the Hedgehog nicht bekommen hat. Außer wenn ich den Gegner grün mache, dann kann er immer noch blocken. Und sogar perfekt blocken. So. Drei Drachenschuppen. Gibt's hier noch mehr in der Ecke. Arch Dragon Peak. Right before the second Wyvern. Welcher second Wyvern? Chestnir Crystal Lizard. Habe ich den nicht sogar schon? Das Bonfire, was gemeint ist, ist das hier. Aber wir kamen von da drüben. Wir kamen von der Seite. Aber wo war denn hier ein zweiter Wyvern? Stimmt, das ist ein Wyvern. Hat keine Vorlappfoten. Oder Vorlappkrallen. Aber hier ist kein zweiter. Okay. Wo ist denn dann der Erste? Ach der... Okay, der Boss ist der Er... Okay. Ist ja lame. Okay, dann... Lothric Castle. Let's go. Okay. Spiel besser, Ultrakill. Ich hab festgestellt, Ultrakill ist sogar noch im Early Access. So, Frage. Bringt es was, da drüben lang zu gehen in der Ecke? Da war, glaube ich, ein Shortcut. Aber der bringt irgendwie, glaube ich, nicht so viel. Okay, hier lang. Ne, warte. Hä? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass man... Doch, hier. Hier ging es hoch. Also man kann das... Im ersten Teil da drüben eigentlich komplett skippen. Okay, das ist ein normaler Chest. Weil viele... Pro-Gamer, die in der Lage sind, den Dancer früh zu besägen, gehen ja extra früh hierhin, weil es hier die guten Upgrade-Materialien gibt. So, Rhyme-Far macht das ja zum Beispiel ständig. Den ersten Teil... Ja, wenn du, äh, die Leiter hochgehst. Und dann kannst du ja zum ersten Bonfire hinrushen. Und dann brauchst du dich mit dem Gebiet ja auch im Prinzip gar nicht mehr zu befassen. Waschen kannst du gefühlt überall. Ja, gut, das ist nicht... Das starrst du schon irgendwie recht. Aber ich glaube, in dem Gebiet gibt es, glaube ich, auch nichts an wertvollem Material oder so. Alter, er macht einfach nur Dodge-Roll. Aber er hat ihn trotzdem getroffen. Alter, jetzt wird er einfach zu einem... Steh doch nicht so blöd rum, Girl. Er wurde halt einfach zu einem Fidget-Spinner. Wie viele Seelen brauche ich? 93.000. Gab es hier oben nichts? Ich wollte schon sagen, hier war eine Wand. Also, Wege ins Nichts sehen im Spiel nicht ähnlich. Was ich übrigens auch schon vorbereitet habe, ist unsere Transformation in Undine, die Unsterbliche. Dafür brauchen wir ja immerhin auch passende Klamotten. Eigentlich sollten wir die meisten Zwecke sieben sehen. Die Story in Ultra-Kill ist eigentlich... Es gibt eine Story in Ultra-Kill. Ah, das ist diese Geschichte, wo man kein Estus nutzen kann, ne? Weil die ihre Scheiß-Dinger werfen. Bros. Was habt ihr bitte für eine Aggro-Range? Was habt ihr bitte für eine Aggro-Range? Also, Angriffs... Ich finde halt, dafür, dass die Angriffsrate so niedrig ist, könnte der Damage ruhig ein bisschen höher sein. Abgesehen davon, dass das hier halt wirklich eine Late-Game-Waffe ist. Äh, Creative, das, was du mir geschickt hattest zu dem Spiel ursprünglich, passiert das auch im Spiel oder ist das eine reine Fan-Creation? Das, was ich dir geschickt habe, passiert eher selten. Aber es passiert! Bist du... Okay, nein, du bist tot. Und da ist auch schon ein Bonfire, sehr gut. Also ja, Dark Souls 3 geist mit Bonfiren ja teilweise echt nicht, ne? Mir wäre noch kein Fall bekannt, wo das passiert war. Aber die Community von dem Spiel ist halt sehr interessant. Uff. Farewell, Ashen One. 67% Levels Ring bringt uns auf 74%. Bringt uns also auch noch nichts. Ember. Das ist schon mal nicht übel. Können wir direkt benutzen. Wir haben eh voll viele. Bis schon unter Level 120. Ja, ich hab ein bisschen gelevel grindet. Äh. Seit dem letzten Stream. Wie gesagt, sonst hätte ich ja nicht 40 Decks. Weil ich brauch... Hab halt gemerkt, ich brauch unbedingt mehr Schaden. Bisschen. Ja, so 30 Level waren's. Ich hab noch ein paar andere Sets ein bisschen gepusht. 120 hab ich dann aufgehört, weil ich, äh, gesagt hab, das ist eigentlich... Ich glaub, 120, zumindest glaub ich in Dark Souls 1 ist es so. 120 ist da, glaub ich, so das PvP-Level. Wo sich die Leute irgendwie drauf geeinigt haben, dass das okay ist. Wir werden weitergehen, aber... Also wir werden sogar noch viel weitergehen. Ich sag nur, und dying, sie und dying. Danke, Dark Souls. Ich hab's doch schon gesagt, dass es gibt sehr viele negative Steam-Bewertungen, die sich darüber bescheren, dass es keinen Gay-Robot-Sex gibt. Also ich muss die Community-Sort halt selber hinzufügen. True. Also, ich weiß nicht, wie irgendein Spiel damit klarkommen soll, wenn es keinen Gay-Robot-Sex gibt. Undying Cringe Ass King. Ja komm, wir hatten schon keine Undying-Transformation in Dark Souls 2, weil es da kein Boss gab, wo es sich gelohnt hätte. Aber ja, Goat Bro hat definitiv was Besseres verdient. Das ist wahrscheinlich ein Grund, wieso ich Glitch-Tale mag. So, hier gab's glaube ich Halcyon, genau. Hallo. Ja. Das war's für heute. Warte. Item. Gucken wir das Titanin. Jetzt, wo wir mit der Waffe damit geupgradet haben, brauchen wir... kriegen wir es, wo wir es nicht mehr brauchen. Lightning Earn. Das ist auch so Billow. Das ist von dem Weg ein offizielles Bodypillow zu Ultrakill. Es ist halt so schade bei Siedler, dass es da keine nicht wirklich Charaktere mit Wiedererkennungswert gibt. Also hätte Bluebyte damals Concurra Bodypillows verkauft. Alter. Ist gut jetzt. Ja, klar. Wenn wir die Lizenz abkaufen, können wir es ja nachholen. Also wenn Ubisoft wirklich hier Insolvenz anmeldet und die ganzen Sachen zwangsversteigert wird, frage ich mich halt wirklich, wie viel die Leute für die Siedler- also wie viel für die Siedler-Lizenz geboten wird. Gut, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch irgendwie für einen Vertrag mit äh, ich weiß nicht, äh, ob das Bob in Sachen Markenrechte überhaupt möglich ist. Dass wenn die Firma Pleite geht oder sonst irgendwie die Lizenz abgeben müsste, dass dann irgendwie, äh, dass sie entweder halt an Volker Wertig zurückfällt oder er erst Kaufsrecht hat. Sind wir hier? auf die Siedler-Lizenz Ging es hier nicht lang? Oder musste man wirklich an den Drachen vorbeichargen? Ging es hier nicht lang? Und ich weiß nicht, wie viel üblicherweise für Lizenzen bezahlt wird, aber ich denke mal, unter einem sechsstelligen Betrag wird es nicht. Selbst wenn es eine Lizenz ist, die so gegen alle Wände gefahren wurde, die es gab. Eine Mimic? Ich glaube, das ist die, die einfach drei von den Schuppen droppt. Titanite Scale, sehr gut. Nope, 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 nope. Super, jetzt hat der Angriff getroffen, aber der Speer ist nicht gebufft. Ultrakett hat auch einige sehr diepen Aspekte in der Story. Ähm, sagt der Buddy-Simulator was? Also Gronkh hat das mal Let's Played. Das hat ja auch so Meta-Aspekte wie Undertale. Undertale. Also das jetzt Played ist tatsächlich, äh, äh, tatsächlich, äh, kann ich empfehlen. Beziehungsweise unter Umständen auch das Game, wobei ich halt, äh, nicht, also ich fände, also ich glaube, man muss sich überlegen, ob du es selber spielen wollen willst oder ob du halt, es halt reicht, die Story zu kennen. Mit dem Entwickler wäre es natürlich besser, wenn man es kauft. Aber es ist auch so ein Ding, wo es im Prinzip darum geht, wie scheiße es sein müsste, in so einem Spiel ein NPC zu sein. So, ich glaube, du droppst auch noch so ein Ding, ne? Was ist eigentlich die diepe Lore unter den Viechern? Oh ja, kotz mir ins Gesicht. Was? Miss me with that cursed shit. Hat mir das Spiel mal gespeichert. Da ich nicht so lange bin, werde ich so das nächste Mal spielen. Ähm, kurze Frage. Wie lang ist deine Steam-Wunsch-Liste? To-Girls-On-Cup-Meepil. Bitte? Ah, okay, der Drache ist aber jetzt schon tot. Das ist cool. Also den Drachen tötet es offenbar schon. Gut, der wurde ja mein Control, so wie ich das in Erinnerung habe. Und, glaube ich, gezwungen, die Burg hier zu bewachen. Bitte, gezwungen, jetzt wird er auch noch frech hier. Gratis, du hast ihn nicht im Griff. Ich musste ihn bestrafen. Hab 14 in der... Spiel in der Wunsch-Liste. Süß. Bei mir sind es, glaube ich, irgendwie 130. Titanite Scale. Jetzt haben wir genug, oder? Ja. Hat es überhaupt noch einen Sinn, das Vieh zu töten? Soll ich mir schreiben, wenn ich weiß, was er getan hat. Er ist frech. Geht's. Oh, das ist schon. Scheß. Ja. Geht's. Schuss. Ja. 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 ich weiß. Dann spamme ich halt einfach den Angriff. Alter. Kannst du ihn bitte hitten? Natürlich hat sein Angriff Priorität immer meinen. Jetzt zwinge ich nicht alle Stadienwerke am Stück zu lesen. Sondern es wäre der Toxic-Inflicted. Okay. Na gut, das ist jetzt nicht so das, was wir suchen. Wir haben ja jetzt, was wir wollen. Und wir haben ja jetzt auch den einen Drachen schon mal weg. Ich weiß nicht, ob sogar beide Tür sind. Sonst heißt, die Gegend ist jetzt auch sicher. Machen wir mal unseren Speer auf Plus 5. Und dann gucken wir mal, was der kann. Ich meine, der haut ja jetzt schon gut rein. Es sind noch mal 50. Ja, es sind noch mal 100 Damage mehr. Nee. Quatsch, wie lese ich denn? Egal. Das heißt, wir haben hier 385 plus 70 Lightning. Biene 55. Ja. Also jetzt ist der hier. Jetzt ist der hier eigentlich klar besser. Plus halt noch seinen Buff von der Weapon Art. ist Base on Line of Sight. Ja. Aber es steht nicht dabei, dass es eben, dass es bufft. Aber ich habe das Gefühl, ich mache mehr Damage danach. Okay, ja. Sind beide gestorben. Das ist nicht aber auch weird. Du greifst einen an und dann sind beide tot. Refined Gem. Gut, damit könnte man aus dem Speer vielleicht noch was rausholen. Das volle Potenzial dieses Speers nutzen wir ja auch nicht, weil wir haben ja kein Faith-Build. Nur einer ist tot. Der andere ist aber auch leblos. Nur sein Körper ist halt noch da. Da war hier nicht ein Short-Cut. Alter. Ich finde die Gegner... Ja, das sind eigentlich nur Worte in klein. Aber ich finde die eigentlich trotzdem zu selten, als dass man sich an ihre Angriffsmuster gewöhnt. So, hier. Der ist auch tot. Sein Körper hat nicht mal Kollision. Oh, Gott. Aber... Hier. Also komm, die Gegnerplatzierung ist doch wohl gezielt dafür da, dass der einen gankt. Wow, ein funkelndes Titanit. Dafür extra eine Kiste mit Öffnungsanimation. Also, okay, da gab es auch Shit, aber ich glaube nichts Sinnvolles. Ich meine, Upgrade-Material brauchen wir jetzt nicht mehr. Moment, jetzt sind wir wieder hier. Okay. 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 So, wir öffnen das Tor. Dann müsste ja auch eigentlich bald die Dragonslayer-Armor kommen. Sag ich, du willst wiederbeleben, Bro. Ja, da ist die Dragonslayer-Armor. Und hier war ein Shortcut mit dem Aufzug. Okay. 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 Also, das war die Geschichte hier mit dem Shortcut, der maximal nichts bringt. So, pass auf. Wir machen mal kurz hier das ein bisschen... Nein. 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 Es sollte schon da bleiben, aber hier... ... ... ... ... ... ... ... Wir geben wenigstens für halbwegs gut Seelen. Aber das mit dem Shortcut ist ein bisschen ein Scam jetzt. ... 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 je gesehen habe. Oh mein Gott. Yikes. Tut mir leid, das Emoji kann ich nicht zuordnen. Darf ich mal deine Steam-Wunscher zu sehen? Die müsste öffentlich sein. Im magischen Pixel bin ich trotzdem gestorben. Shame on V. Das ist ein Wunscher zu sehen. Warte, hier ist noch ein Shortcut. Oh, ne, warte, das ist der von, äh. Warte, dem können wir Contraption, das ist noch ein Move, okay. Ne, das ist der zu den Twin Princes, glaube ich, ne? Fest of Steam, genauso wie ich hier heiße. War hier nicht der Sunbro Covenant? Au, achso, das waren die. Da hab ich schon wieder die Ember ausgewählt gehabt. Oh, 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 oh. Du hast 142 Sachen auf der Wunschliste. Ja, siehst du mal. Ich hab'n ziemlichen Backlog. Und Ultrakill ist jetzt auch drauf. Und das zählt nicht mal die Spiele mit, die ich halt schon habe, aber noch nicht gespielt habe. Da sind dort auch noch ein paar. Ich hab mir von dabei, da hab ich mir jetzt Fable geholt. Das ist ja auch so ein Genre-definierendes Spiel. Tonight we riot. Der Name sagt mir was, aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, worum es ging. Das ist das Problem, wenn man Videos von Adam Mellard schaut. Danach hast du irgendwie wieder 10 Spiele, die du auf deine Wunschliste setzen willst. Wär schon froh, dass The Looker kostenlos und relativ kurz war. Titanite Scale. Ja, jetzt wo wir sie nicht mehr brauchen, werden wir voll geballert mit den Dingern. So, zwölf Estos. Mal schauen. Ach, ich kann auch meinen Estos upgraden. Das sollte ich vielleicht mal tun. Das war zu cool. Er ist wahrscheinlich relativ resistent gegen Lightning Damage, oder? Er hat ein langsameres Moveset. Ich dodge viel zu schnell. Was aber echt sehr interessantes Spiel. Ja, viel zu wenig Zeit, sie zu spielen. Vor allem, weil ich am Ende immer bei den gleichen Sachen hängen bleibe. Ich weiß nicht, ob das zum Alter gehört. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das zum Alter gehört. Otter White ist gerade 40 Moves im Angebot. Ich meine, ich gucke zum Moment auch wieder ein bisschen mehr auf Steam Sales, aber die Steam Sales ändern halt nichts dran. Und nein, morgen werde ich nicht streamen. Ich kann nicht streamen. Boah, das hat sogar ein Repost gegeben. Ne, war das ein Repost? Oder war ich jetzt einfach zu langsam? Bruh. Ey, das Vieh kann sich ja doch schnell bewegen, wenn es muss. Ach ja, das war die Geschichte, wo man von außerhalb der Arena angegriffen wird, ne? Die Schmetterlinge mit den Lasern. Die Schmetterlinge mit den Lasern. Ich glaube, Dragon Slayer ist non-repostable. Ja gut, da niemand drin ist, der gestagert werden könnte, ergibt das auch irgendwie Sinn. Ach, der hat ja auch noch so einen Angriff. Aber ich muss mal in seiner Nähe bleiben, damit er die vorhersehbaren Angriffe spendt. Oh, deiner Wunsch ist der Fehlin definitiv noch Everhood, Oh, Milken, Siderberg, Milken, Siderberg, Milken, Siderberg, Wann soll ich denn das alles spielen? Ich hab ja eigentlich mal mit so Backlog-Streams mal überlegt, aber das hat halt auch nicht wirklich... Das hatte ich dann mit äh, wie heißt es? Mit Spirit-Habba habe ich das probiert. Nächsten Stream. Nächster Stream ist wahrscheinlich könnte Siedler 2 sein. Ich hab heute tatsächlich mal ein Test-Game gemacht. Das Ding ist, ich finde, man merkt halt doch wieder ein bisschen, dass Siedler 2 so, du hast ja du hast die Wegfindung, konntest du optimieren. Ja. Aber du hast halt deine Siedlung trotzdem nicht in dem großen Stil gebaut, wie du es in Siedler 3 und 4 gemacht hast. Wie gesagt, das Kampfsystem ist halt hoffnungslos veraltet. Also mehr als Kampagne würde ich da halt auch nicht spielen. Ich meine, okay, Endurance würde noch was bringen, aber vor allem, weil es halt so megaviel frisst mit unseren Sachen, aber ich bin im Moment eher auf Equip-Load, dass wir dann in Heaven's Ring loswerden können. Nein, Ranscherska von 7.1. Gut. Ich hab noch... Moment. Ganz kurz. Wir gucken mal kurz auf die Liste, die bei mir markiert sind, als noch nicht fertig gespielt. Age of Empires 2 Definitive Edition. Da hab ich noch zig Kampagnen vor mir. Anno 22.05 will ich... Wo ich halt jetzt die ganzen DLCs halt draußen sind. Wir sind ja schon ewig raus. Aber dann möchte ich halt noch mal mit allen DLCs spielen. Democracy 4 möchte ich irgendwann mal was zu machen. Deus Ex Game of the Year Edition. Hab ich mal irgendwann probiert. Muss ich irgendwann nochmal machen, weil es einfach so prägend ist. Dann Fable. Ich hab seit ewigen Zeiten, da bin ich halt noch on the fence, ob ich das streame oder so spiele. Dream Daddy. Hacian Six Light Speed Edition möchte ich irgendwann nochmal im Stream machen. Auf höchster Schwierigkeit. Wo ich das Gefühl habe, das könnte richtig schief gehen. Offworld Trading Company. A Plague Tale. Innocence. Singularity. Da bin ich halt immer wieder... Jedes Mal denke ich mir so, ich weiß nicht, ob ich mit dem Horror klarkomme. Subnautica und Subnautica Below Zero. Wobei ich da höre, das hat auch nicht so viel Wiederspiel wert. Also vielleicht doch eher alleine, weil im Stream sonst gespoilert wird und so. Viscera Cleanup Detail. Wizard of Legend. XCOM Enemy Unknown. Müsste ich auch noch bestimmt nochmal mit dem Add-on nochmal durchspielen. XCOM 2 und XCOM Kinect Mara Squad kommen auch noch dazu. Da hab ich schon mal hier. Laut Steam Zählung 17 Titel. Dann hab ich noch Spiele, die ich nochmal durchspielen will. Da hab ich Doom. Gut, FTL ist so ein Ding für zwischendurch. Parameter funktioniert nicht. Saints Row 4 will ich irgendwann nochmal durchspielen. Sun Dirt müsste ich, da fehlen mir noch zwei Enden. Aber da musst du halt komplett von vorne anfangen. South Park Stick of Truth möchte ich immer nochmal durchspielen. Ein bisschen auf Achievements noch gehen. Und ich hab noch ein paar Spiele, die ich halt für Koop markiert hab. Von Borderlands und so weiter. Ich hab Borderlands zwar mehrmals angefangen, auch zum Teil mit Freunden. Aber Borderlands ist, find ich, ein Spiel, das bringt nur was, wenn du so einen Koop spielst. Ich find alleine, find ich das Spiel total langweilig. Das heißt, das möchte ich mir, die Spiele möchte ich mir irgendwann nochmal halt mit meinem Freund dann zusammen antun. Wer macht das so viel? Ich hab erst gedacht, ihr creative hat das geschrieben. Ja, du musst nur darauf vorbereitet sein, dass wir dann Deutschland in ein sozialistisches Paradies verwandeln. Mach doch Glücksrad, wenn du das dann durch hast, komm nochmal Glücksrad. Ja, das Ding ist, bei manchen Spielen möchte ich, weiß ich halt, so bei manchen Spielen, denk ich mir halt so, ja, die könnten gut für einen Stream sein. Aber da binde ich mich halt auch ein bisschen dran. Und andere Spiele sind halt so, ja, mach es vielleicht besser alleine. Gibt's irgendwas hier an Items, die sinnvoll zu kaufen wären? Hier sind die ganzen Armorsets, ne? Sind sie einfach dran, wenn ich ein Spiel bin? Darum geht es nicht, ich hab zu wenig Zeit. Homing Stone Mass, nicht übel. Stimmt, vom Crystal, äh, Sage kriegen wir auch noch die Sachen. Komm, wir kaufen einfach mal seinen ganzen Shit. Einfach, weil wir haben sowieso schon so viel Int, dass wir die Sachen auch nutzen könnten. Wo ich hier mit 60.000 Seelen rumlaufe, außerdem kriegen wir, glaub ich, noch einen Ring dadurch. Was mir noch einfällt. Wir brauchen noch, wir brauchen noch die Dings. Wir brauchen noch, äh, für Irina. Dass wir die Quest weiterbringen können. Das haben wir beim letzten Mal ja versucht. Ich bin mal gespannt, wie es vom Timing her hinhaut. Vielleicht schaffen wolltest du sogar noch das, äh, Ariandel-DLC. Äh, Irina of Cream. Könnte dich mit 10.000 nutzen zu einer S4-Runde, äh, deswegen, wieso nicht, stattdessen zu einem anderen Spiel. Selbst, das Ding ist, eine S4-Runde ist vom zeitlichen Umfang her überschaubar. Äh, ich bin mal gespannt, wie es vom Timing her hinhaut. S4-Runde wäre länger als Milk Inside the Battle of Milk. Das ist zum Beispiel schon mal hilfreich, weil kurze Spiele kann ich eher mal reinbringen. Deswegen habe ich ja auch so Luca, so, wenn ich, war ich auch ganz froh, dass das halt so eine kurze Erfahrung war. Weil so, weil gerade, wenn man The Witness gespielt hat, kann ich The Luca wirklich empfehlen. Er wurde es in der Länge wahrscheinlich mit Undertale vergleichbar. Gut, Undertale, ja, Undertale ist, glaube ich, eine Sache von zwei Stunden, wenn man weiß, was man tun muss. 4-Dragonslayer-Armor hieß es. 4-Dragonslayer-Armor hieß es. Was mich im Moment ja tatsächlich frustriert sind, äh, jetzt bin ich schon wieder beim gleichen Bonfire gespartet. Und was mich im Moment frustriert ist halt, äh, sind halt die Star Trek-Spiele die alten, weil es gibt sie auf GOG inzwischen. Aber es ist halt auch sehr hit or miss, ob die GOG-Version überhaupt irgendeinen Unterschied hat. Weil die alten Spiele sind ja teilweise echt schwer zum Laufen zu bringen. Dann habe ich ja echt das Problem, dass ich teilweise die Spiele zum Laufen bringe, aber sie nicht mit OBS kooperieren. Und das Seltsame ist teilweise die, also sind die Fortsetzungen von den Spielen in der Hinsicht schwieriger als die Originale. Also die Fortsetzung von Elite Force weigert sich zum Beispiel auch komplett. Moment, ich habe doch einen Ranged-Angriff. Ich hätte mal vielleicht nicht die ganze Zeit vergessen müssen, dass wir auch ein paar magische Angriffe haben. Soul of a Crest Wallen Knight. Was war noch hier? Nee, hier war das. Da geht für den meisten Spielen das Spiel richtig los. Was kommt denn danach? Also sagen wir bitte nicht, dass man dann hier irgendwelche Style-Ränge und so chased, weil das ist überhaupt nicht meins. Das Ding, das durfte man ihr geben. Oh, du hast mir eine Braille-Divine-Tome gebracht. Jetzt kann ich neue Geschichte erzählen von Mirackeln. Geschichte von größeren Mirackeln können ziemlich die Epik. Was Spaß haben wir. Alles gekauft? So, pass auf. Ich kann das Schwertfragment nicht verwenden, wenn ich hier bin. So, einfach nochmal, dass das Gebiet neu geladen wird. Ja, jetzt ist sie umgezogen. Spiel, lad die Gegend. Ich bin jetzt so gewohnt, dass in den Untended Graves sie die dunkle Version ist. Siehst du, sie geht dahin, wo der Swordmaster war. So, ich brauche gerade mal ein bisschen Footage. So, das sollte genügen. Dass ich da schön ein bisschen an deinen Dialog reinschneiden kann. Ja, ich muss echt sagen, also was du gerade beschreibst. Ich bin halt im Moment echt dankbar, wenn Spiele halt nicht ein ewig langes Endgame haben. Sondern halt wirklich irgendwann auch noch mal vorbei sind. Outerweiß kannst du theoretisch schon 20... Ja gut, das ist wahrscheinlich wie bei Anti-Chamber. Wenn du weißt, was die Lösung ist... Ja, ist vorbei. Das ist auch hier jetzt auch das unnötigste Bonfire im ganzen Game. Ich kann einfach von diesem Bonfire das Alte sehen. So unnötig ist es. Wieso packen die hier extra einen Schlüssel hin, der dann direkt für die nächste Tür verwendet wird? Das verstehe ich nicht. Irgendwo muss noch ein Estus-Splitter sein. Das ist ein Estus-Splitter sein. Das ist ein Estus-Splitter sein. Das ist ein Estus-Splitter sein. Okay, wir One-Shotten die, das ist schon mal gut. Das ist halt auch so ein Dark Souls 3-Moment hier. So, das Spiel will die ganze Zeit, dass du keinen dummen Shit machst. Und jetzt heißt es einfach Kopf in Wachs tauchen. Das ist Fetisch-Content. Na gut, wer weiß auch, was Miyazaki so steht. Alter, 700 Damage. Das ist einfach schon sehr nice. Fetisch-Content. Oh, oder? Das ist natürlich geil, dass jetzt die Hände mir nichts anhaben können. Ich glaube, dass da die Lore ist, dass das Wachs irgendwie mich von Geisterhänden schützt. Du hast 380 Stunden in Cookie-Klicker, das ist halt ein Ausreden. Das ist ein Idle-Game. Wenn es übrigens um die sinnvolle Implementation eines Idle-Games in ein anderes Game geht, kann ich Non-Guns empfehlen. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das Spiel ist auch weird. 5000 Stunden in Star Trek Online. Du siehst, wieso ich dieser Art von Spiel insgesamt den Rücken gekehrt habe? Okay, hier konnte man die Leiter treten. Aber was bringt mir noch nicht wirklich was? Ich habe ja tatsächlich ursprünglich, als ich zu meinen Warframe-Zeiten noch überlegt, ob ich Star Trek Online-Content machen will. Ah, natürlich muss jetzt das mit dem Wachs zu Ende sein, ne? Ich habe ja auch schon mal drüber gesprochen. So wie du von dem Game schermst, hätte ich gedacht, dass du mehr Stunden in dem schon drin hättest als 25. Okay, der kristallweise nervt. Wow, der Telepott hat sich jetzt voll gerettet. Crystal Scroll, sehr gut. Wie scheiße in dem Spiel. Ja, ja, jetzt das Ich Bin noch ergänzen, ne? So, ganz kurz. Wir brauchen... Wie heißt das Ding? Okay. Den Estos-Shard. Es fehlt noch ein Estos-Shard und ein Undead-Bone-Shard und dann haben wir nämlich auch das maximiert. Lothric Castle. On the top. Okay. Kommt also noch. Grand Archives. Okay, dann bringen wir eben mal das Ding und dann kaufen wir mal das ganze Zeug ab. Man kann in dem Spiel halt einfach kacken, das meine ich. Ja, aber kannst du auch mit der Kacke werfen? Weil das kannst du in Dark Souls. Du kannst nicht kacken, aber du kannst mit Kacke werfen. Es gibt sogar Leute, die machen das als Teabagging. Umf, this is a crystal sorcery. I am afraid that I will be sh... Home in Crystal Soulness. Crystal Soul Spear braucht halt leider 48, aber werden wir noch verwenden. So, Great Magic. Okay, Crystal Magic Weapon. Aber ich glaube, so viel besser ist der gar nicht, oder? Das Ding ist, wir können das halt nicht mit unserer aktuellen Waffe verwenden. Besser würde halt Home in Crystal Soulness halt irgendwie schon mehr Sinn machen. So als Introduction. Darf ich dann bei Anno 22.05 mitspielen? Das ist ein Singleplayer-Game. Aber das würde ich auch nicht streamen. Weil Anno ist Endlos-Spiel. Da hängst du mindestens... Also da, dass du stundenlang dranhängst, das guckt doch keiner. Blaking. Stimmt, Blaking hat nen Koop-Modus noch. Da war mal was. Das stimmt. Und beim einen ist... Stimmt, der eine sucht dann, glaube ich, die... Das ist der Heilmittel, ne? Oder ja, das. Ich bin seh der Krankheit auf mega brutal geschafft. Das ist heftig, weil ich hab das... Ich hab bei Blaking irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass man gar nicht so viel Kontrolle hat. Und deshalb war, finde ich, da halt irgendwie... Danke, Dark Souls. Da war für mich immer so ein bisschen die Winning-Strat, dass du halt einfach... ...wartest, bis du alle infiziert hast. Ich meine, gut, das geht wahrscheinlich nicht mit allen Krankheiten, aber dass du wartest, bis du alle infiziert hast. Und dann erst anfängst, Symptome zu entwickeln. Aber halt mit den ganzen DNA-Punkern, die ganzen tödlichen Symptome sofort. Und die dann einfach alle verrecken. Hm. Okay. Ich erinnere mich auch, dass das passieren konnte, dass die letzten Menschen dann irgendwie einfach auf irgendeinem Land waren oder auf irgendeiner Insel waren, irgendwie Madagaskar oder so und du kamst halt nicht mehr an die ran, wenn da keiner war, der infiziert ist. Okay. Okay, der kommt halt gar nicht so klar, wenn man Circus strafet. Nein, mit Blobcap bin ich durch. Hier ist es. Okay. Woah, Hilfe. Ja. Okay, full 10 damage. Kommt man hier nicht auch rein? Ja. So, sehr gut, wir nähern uns dem Ende. Undead Bone Shard. Das davon haben wir jetzt alle. Shortcut. So, Shortcut aktivieren. Die drei können mal sowas von egal sein. Die drei können mal sowas von egal sein. Okay, ja hier, das ist das noch. Okay. 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 So. Okay. Okay. Let's go. Das war's für heute. Das war's. Achso, ja stimmt, hier konnte man das, äh, Dragonslayer Armor Bonfire mitnutzen. Das war's. 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 So, let's go. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. mit mit. Das war's. 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 hoch mit. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 All's. Das war's. 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 Okay, hier auf's. Das war's. 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 Oh, okay. Das war's. 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 Nimmt. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Was bringt mir das. Das war's. 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 Hier. Das war's. 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 Das war's.